Wolle Leute, Dreamers hier. Wir sind immer noch im 100 Stunden Stream und wir sind bei über 11.500 Euro, die wir ausgegeben haben. Eine schlechte Ikone gezogen, eine Algarinka-Ikone. Bester Spieler, den ich gezogen habe, ist Yaya Toure. Der ist ein absolut kranker Spieler. Alle YouTuber haben kassiert, böse kassiert. Wir haben zusammen 30.000 Euro ausgegeben. Wird nichts gezogen, also es ist ein unglaublicher Scam. Finger weg davon, macht es auf gar keinen Fall nach. Wir gehen wieder rein, wir wollen das beste Team der Welt haben und wollen dann auch endlich spielen. Und es geht zurück in die Packs. Ich will jetzt so lange öffnen, bis ich mir einen Hullet oder einen Pelé oder vielleicht einen neuen leisten kann von den Coins. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights der Folge. Was kostet Messi dieses Jahr? 350.000 kostet Messi nur. Ich bin gleich bei 12.500 Euro, habe kein Messi gezogen. Von mir aus können wir gleich noch in den Pack-Battle reingehen. Wir müssen ja nichts machen. Wir können auch einen Zehner machen. Ja, klar. Bei einem Zehner wäre ich dabei. Also 10 Minuten und dann Highest Rating. Fangen wir an jetzt? Ja. Okay, ich mache doch mit. Let's go. 10 Sub-Gifts? Ja, 10 Sub-Gifts. Oh mein Gott, ihr Wichser! Nein. Ja, ihr könnt schon, Dinger. Ihr könnt schon auch wieder aufhören und 10 Subs geben, Dinger. Haben wir Rating oder Preis gemacht? Niemals Eiken. Rating und ich habe eine 90er Benzema gezogen, Dinger. Oh, das kann doch nicht sein. Nein, 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 nein. Ja, wir brauchen nicht weitermachen. Wir brauchen nicht weitermachen. Alle 10 Sub-Gifts am Monte. Kürzester Spektrum aller Zeiten. Dinger, ich sage, ich habe Kimmich gezogen. Der Hurenzone bringt mir nicht was. Ey, bringen wir nicht mehr was. Bis wann machen wir? Bis Finn nach. Aber ich sage dir ganz ehrlich, jetzt eine 91er. Ne. Ikone und Dings und ist Knockout, ne? Also eine gewisse Chance ist ja noch da. Ey, ich hole mir jetzt Tevin De Bruyne in Form. Robert, wieso im tiefen Problem? Kroos! Ich kotze. Ja, ich habe legit zwei Sekunden vorher gesagt, ich mache mit, ne? Zwei Sekunden. Ich hätte mit Kroos gewonnen, jetzt bringt er mir gar nichts. Ey, bitte gib mir einen Kane oder einen Lewandowski, dass ich gleich... Ah, ne, Lewandowski ist nur gleich ziehen. Was ist, wenn du jetzt auch einen Benzema ziehst? Dann zählt mal einer, weil ich hatte als erstes Kapi. Ne, oder? Ich habe jetzt dieselbe Rating-Ziel, zählt einfach der, der mir wert ist. Ja, wenn es die gleiche Karte ist? Dann haben beide Glück gehabt. Oh, nochmal von links. Zwei von links hintereinander. Was wird es? Oh, Mandy. Ey, so langsam kann man sich auch nochmal einen Spieler holen, ne? Also können wir mal eine Icon ziehen. Wie viele Coins hast du gerade? Einiges, lass mal kurz überlegen. Ich habe vier Millionen Coins. Vier Millionen Coins? Vier Millionen Münzen, sorry. Münzen, Münzen. Coins sind Münzen. Ja, vier Millionen. Ey, wollen wir einfach machen, dass Benzema jetzt gewonnen hat und wir machen einfach nochmal ein neues Pac-Battle? Nein, 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 ich mache kein neues mehr. Ist egal. Rohat, komm, jetzt hast du die Chance. Verluste wieder reinholen. Also ich werde auch für ein Pac-Battle offen. Ich habe jetzt zwei eventuell gewonnen. Du pausierst den Timer während dem... Ja, gut, aber natürlich kannst du ja nicht, wenn du rausgehst aus dem Haus und dann draußen den Stream anschmeißt, dann musst du ja kurz einmal offline gehen. Ja, ja. Geht nicht anders. Das war ja sogar noch krasser, Digga. Wenn du rausgegangen bist zum Friseur oder dir was zu essen geholt hat, hast du sogar... Messi, Messi, Messi! Ich habe Messi gezogen. What? Mein Gott. Ich habe geskippt. What? Heftig. Dann sind wir gleich auf, Digga. Ja, aber danach zählt Preis. Nein. Das heißt, du hast doch verloren. Doch. Doch. Haben wir gesagt, dann zählt Preis. Ja. Ja. Du hast verloren. Ich habe Messi und du hast verloren. Ja. Er war sich so sicher. 91er. 91er Messi. Wenn man ihn mal braucht. Digga, Monte zieht nach drei Sekunden Benzema. Alle geben auf. Und ich ziehe einen dicken Messi, Alter. Wow. Das ist frech von EA. EA, ich nehme es als Herausforderung. Kurz mal eine Hero-Karte oder eine Ikone. Komm. Zeig ein bisschen Liebe. Zero-Karte, Digga. Ich finde, der sieht ultra gut aus. Aber ich will zurückdrücken. Komm. EA. Wieso musst du das wieder sagen? Hast du was gezogen, Max? Nein. Messi! Ach, ich war gerade Mute. Hast du gezogen, Messi? 91er Messi und damit habe ich den 91er Dings gezogen. Das ist so dumm, wirklich. Das ist eine absolute Frechheit. Du machst ein Pack-Battle, Digga. Ziehst 91er Benzema. Ich habe echt schon überlegt, während ihr zieht ein Spiel zu machen. Und dann kommt Max von hinten mit seiner Riesenkeule in der Hose. Und drückt mir die Trocken in die Rosette rein, Digga. Und jetzt, dann brauche ich jetzt die Aiken. Digga, Max, das ist krank. Das ist ehrlich krank. Wieso? Was ist daran krank? Wie war es daran krank? Du musst dir überlegen. Es gibt nur 10 Spieler, die über 90 sind. Und Monte hat Benzema gezogen. Ah, okay. Dass du Messi ziehst, ist... Du hättest nur noch Messi oder Mbappé. Ja. Volk, hattest du noch 3 Minuten Zeit? Ja. Ne absolute Frechheit, Digga. Sag ich so, so bist du jetzt, Alter. Also, das ist schon krass. Sag ich dir offen und ehrlich. Gebt mir Rekhelme, Blitz-K.O. Die schmutzigste Schmutz-Icon, würde ich jetzt erst nur zum Sieg haben. Hallo? Jo. Hallo. Moin. Skid up. Skid up. Skid up. Skid up. Skid up. Skid up. Eine Minute noch. Also wird knapp. Hero schlägt sofort. Zum Glück haben wir wirklich ein neues gemacht, sonst wäre ich direkt doppelgebrochen. Ist Humori viel wert gewesen, oder was? Ja. Ja, ja. Ja, hab ich abgestoßen. Scheiß auf ihn, den Pissig. Oh, krass. Oh, nein. Ja. Ey, so das, den Pissig, das kam zu selten, finde ich. Das sollten wir wieder ein bisschen wiederbeleben. Ja, finde ich auch, fühle ich, ja. 90 Grad, die Pissig, Digga. Scheiß auf. Walkout, ich hab jetzt geskippt, bitte. Ist aber schön, bitte. So, Leute, 18.15 Uhr steht bei mir hier. Nein, 18.14, Digga. Was ist das denn Quatsch? Selbst auf dem iPhone. Du bist so ein Schummler, Max. Ah, ja, das war ich mit Absicht. Meine PC-Uhr geht echt falsch. Ich sag die ganze Zeit die falsche Zeit auf meinem Chat, das nervt mich. Jetzt ist es 15. Zu Ende. Es ist so zum Kotzen, Alter. Also wirklich, das kannst du dir auch nicht ausdenken, Digga. Medi, Monte, danke für die 10. War ich sehr zu schätzen. Rojo, auch danke für die 10. Immer wieder gerne. Wo brauchst du einen? Wie? Du warst ja, wie wir Pizza gebracht haben. Wer warst du? Warst du Adam? Oder warst du der hinter Adam? Was haben wir denn hier? Ach, du Scheiße! Ach, nice. Endlich haben wir wieder wenigstens eine Kleinigkeit gezogen. Was? Benzema. Sehr schön. Eine 90er. Was macht der auf dem Tacho? Geht der für 20k weg? Oh, 90.000. Hm. Was? Was ist, was ist? 94.000. Benzema. 90k weg? 86k. Ja, GG. Highest Rating von den normalen Karten. Ja, ja. Ich habe so 8. Klasse Sportumplatte Jungs. Von links. England. Sturm. Harry Kane. Kane. Digga, ich ziehe Benzema und Kane back to back. Die haben Ratings. Spanien. Warte mal, ich gucke jetzt mal Bestenliste. Und zwar weltweit. Vereinswert. Top 100. Oh mein Gott. Da ist er. Max? Ja, ich sage es mir nicht, Digi. 100 Millionen Rückstand, Alter. Ja. Wer ist Daniel und Franz, Alter? Hä? Die Botten, die Botten, die Botten im Rudel. Das ist schon ziemlich peinlich, Max, deine Leistung. Du bist ja richtig scheiße. Das ist ein Ölsteig, der sogar noch jemanden eingestellt hat, der nur Packs zieht. Die Botten im Rudel. Im Rudel. Hört ihr mich nicht? Nein, Max. Bin ich mute? Max, nein, du bist nicht mute. Aber du bist jetzt alleine. Der Ölsteig hat einfach drei Angestellte und schiebt einfach drei 8-Stunden-Schichten über den Tag, du Idiot. Ich bin seit fünf Tagen online und ziehe nur Packs. Was labert ihr mich voll, Mann? Ja, aber du bist doch am Schlafen. Du verlierst Zeit, Max. Also Leute, folgende Frage. Die Leute sagen ja, ich bin süchtig, aber das bin ich nicht, ne? Sascha, welche Frage habe ich in die Podcast-Gruppe gestellt? Passt auf, es ist wie folgt. Wir nehmen den Podcast auf und da Max einfach seinen Stream nicht unterbrechen möchte, hat er gesagt, yo, ich nehme den Podcast auf im Stream. Mute mich einfach quasi. Das heißt, er wird während wir labern einfach Packs öffnen. Das ist das erste Mal, dass er offline und ehrlich Überschneidung hat mit Chat-Geflüster. Da Marcel bestimmt auch schon zwischen dem einen oder anderen Gespräch den Automat gespielt hat. Und da würde zu Max einfach dem auch nachgehen. Richtig. Ich spiele keinen Automat, Sascha. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, sorry. Digga, jetzt sagst du, wir werden beim Sex... Beim, was? Beim Packs ziehen alle dumm. Also was gibt's doch jetzt nicht, Digga, was ist das denn? Jetzt geht's los. Jetzt ist komplett los. Aber ich habe mich auch gerade... Jetzt ist komplett los. Digga, wir müssen die Sex peen. Also wow. Ich habe mich auch gerade verschluckt, aber er hat so komisch aufgestoßen. Digga, man geht echt kaputt. Aber ich glaube, man geht bei allen Sachen kaputt, wenn du 100 Stunden das Gleiche machst. Egal was. Boah, überlegen wir mal, du ziehst jetzt einfach diesen Akkater wieder... Von links, da kommt was von links angetrudelt. Argentinien, CF, Dübala. Damals gab es so eine Abkürzung über den Friedhof bei uns in Buxude, über den Waldfriedhof. Den haben die Leute immer nie genommen, weil sie Angst hatten, nachts über den Friedhof zu laufen. Ich bin da immer längst gelaufen, Digga. Weil da einfach mein Wissen war gerein. Ich wusste, niemand würde mich da irgendwie erschrecken oder mich verjagen oder irgendwas spuken, weil ich dir einen guten Dienst erwiesen habe. Mit Respekt habe ich dir einen Gräber gepflegt und habe da Rasen gemäht und alles gut gemacht, Gräber gepflegt und so. Ein Karma-Pluspunkt, wenn es so es gibt, bei Verstorbenen bzw. Geistern, ist voll im Reinen, Digga. Finde ich gut. Würde ich jetzt aber auch so als Gag witzig finden, wenn auf einmal wirklich eine Zombie-Apokalypse ausbricht und du wirst einfach übertrieben von Zombies gefressen. Du Fetzer, Alter. Dann bringt dir das Karma halt einen Scheiß, ne? Nee, ich hatte ein T-Shirt drauf. Dann bist du einfach auf dem fucking Friedhof. Ich werde mein Praktikums-T-Shirt mit dem Waldfriedhof anziehen und dann werde ich du mit dir zusammen, die Menschen. Ja, okay. Okay, nehmen wir an, super Riesen-Notfall. Fiktives Szenario. Du gehst mit Keilo durch den Wald, musst mega scheißen, ziehst dein Unterhänd aus, macht sich fertig. Läufst fünf Minuten weiter, musst wieder scheißen. Was nimmst du dann? Ja, das werde ich dir beantworten, Digga. Also man kann es ja so vom Ding her, vom Bauchgefühl so ein bisschen einschätzen. Musst du nur auf Toilette oder hast du wirklich Durchfall? Ja. Durchfall habe ich ja nie. Das ist einfach nur, dass ich dann auf die Toilette muss. Weird Flex, ja. Aber wenn ich merke, dass ich richtig, richtig Magenprobleme habe, dann zerreiße ich das unter anderem vorher in zwei oder drei Stücken und nehme den Rest wieder mit. Smart. Das ist halt ultra smart. Ey Leute, macht auf keinen Fall Nachrichten genau bei 12.500 Euro. Das ist dumm. Rohat 2000, Medi 2000, Monte 5000, Eli 4000. Keiner zieht irgendwas. Es ist der größte Scam auf dem kompletten Gaming-Markt da draußen. Finger weg davon. Ganz, 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 ganz toll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.